Neue Jura DSDS, RTL Florian Silbereisen 2021 nicht wieder in der Jury dabei. DSDS, RTL sitzt der Schlagesänger Florian Silbereisen auch 2021 bei DSDS in der Jury. Der Poptik-Tan lässt die Bombe jetzt platzen und verrät, wie es in der 18. Staffel weiter geht Florian Silbereisen, 38, ersetzt in den Liebeshaus von DSDS Xavier Naidoo, 48, in der Jury. Bleibt der Schlagesänger auch in der nächsten Staffel von DSDS Teil der Show. Poptik-Tan Dieter Bullen verrät jetzt, wie es 2021 weitergeht. Köln bei Deutschland sucht den Superstar, RTL, Stern treten am Samstag, 28. März, fünf Kandidaten gegeneinander an und kämpfen um den Einzug in das große Finale. Der Poptik-Tan Dieter Bullenstern, 66, und seine Jury-Kollegen haben durch ihre goldenen CDs das letzte Mal die Chance, ihre Favoriten zu unterstützen. Auch Schlagesänger Florian Silbereisenstern, 38, wird wieder in der Jury sitzen. Viele Zuschauer fragen sich, wird der 38-Jährige auch nächstes Jahr dabei sein? Dieter Bullen beantwortet diese Frage nun, wie extra tipp. Komm Stern berichtet DSDS, RTL Florian Silbereisen ersetzt Xavier Naidoo in Liebeshaus der Casting-Show. Es war die größte Überraschung in der Geschichte von 17 Staffeln DSDS, Pietro Lombardi will Lili Paul Roncalli sofort greift Massimo Sinato ein. Der Sender RTL-Stern schmiss den Sänger Xavier Naidoo vor der ersten Liebeshaus der Jury. Lange wurde spekuliert, wer wohl nachrücken wird. Von Michael Wendler über Menderes waren viele Stars im Gespräch. Am Ende entschied sich Dieter Bullen dann für den TV-Moderator Stern und Schlagerstar Florian Silbereisen. Der Ex-Freund von Helene Fischer, die krösten deutschen Schlagersänger aller Zeiten Stern, konnte sich bereits in einer Liebeshaus unter Beweis stellen und kam bei den Zuschauern gut an. Auch bei den Kandidaten, immerhin singen viele DSDS-Teilnehmer in der 17. Staffelschlager DSDS, RTL-Jury gefällt Dieter Bullen, doch bleibt sie auch 2021 so. Doch wie steht es um die Zukunft von Florian Silbereisen bei Deutschland sucht den Superstar, DSDS? In den vergangenen Jahren änderte sich immer etwas an der Jury bis auf Staffel 16 und 17. Dort schien die Besetzung Dieter Bullen so gut zu gefallen, dass er Ona Nechiti, Pietro Lombargestern und Xavier Naido bebehielt. Bleibt also die aktuelle Jury mit Florian Silbereisen statt Xavier Naido auch in Staffel 18, 2021, so erhalten? Der Poptik-Tan lässt nun die Bombe platzen. Dieter Bullen lässt Bombe platzen, so steht es um Florian Silbereisens Zukunft bei DSDS 2021. Auf Instagram beantwortet Dieter Bullen stets die Fragen seiner Fans in den Kommentaren. Dabei rutschen dem 66-Jährigen auch öfters Informationen raus, die so bisher nicht öffentlich kommuniziert wurden. Ist Florian 2021 wieder in der Jury, will ein DSDS-Fan wissen? Nein, lautet die Antwort des Jury-Chefs Dieter Bullen. Für Florian Silbereisen ist nach dem Finale der diesjährigen Staffel also Schluss. Wer nachrücken wird, verrät der Musikproduzent nicht. Fans werden also künftig wieder in die ARD oder auf ZDF schalten müssen, um die Schlagershows von Florian Silbereisen zu sehen. DSDS-RTL 5-Kandidaten kämpfen um Einzug ins Finale. Bei DSDS stehen am Samstag fünf Kandidaten im Halbfinale. Jeder Kandidat wird zwei Songs performen, wie RTL. Der schreibt einen lauten und einen leisen. Für wen wird der Traum von DSDS heute vorbei sein? Noch haben Joshua Trappe, 25, Chiara D'Amico, 18, Roman Kaselloskay, 26, Paulina Wagner, 22, und Lydia Kellogitz, 30, die Chance, der nächste Superstar zu werden. DSDS-Juro Florian Silbereisen bekommt Komplimente von Let's Dance-Kandidatin Ekaterina Leonova. Die Tänzerin findet den Schlagerstar sympathisch. Geht da mehr? DSDS-RTL sitzt der DSDS-Juro Pietro Lombardi auch bald bei der Supertalent in der Jury? Der Pop-Titan Dieter Bullen werplappert sich nun auf Instagram. DSDS-Juro Clos zwischen Qualcomm Gain ganz也 Chapel können Sie, sie Ventit Tel peut-abe haben eine Leise время durch mots Untertitelung des ZDF, 2020